Flux FM in digitaler Gesellschaft. Wer seinen drahtlosen Internetzugang für die Allgemeinheit öffnet, haftet nicht für Rechtsverletzungen, die Nutzerinnen und Nutzer über diesen Zugang begehen. Zu diesem Ergebnis gelangt der Europäische Gerichtshof in einem neuen Urteil im Fall McFadden gegen Sony Music. Nach Ansicht des Gerichts kann der Betreiber eines offenen WLAN wegen von dritten verübter Rechtsverletzungen weder auf Schadensersatz noch auf Ersatz der Kosten eines gerichtlichen Verfahrens in Anspruch genommen werden. In einem solchen Fall soll der Betreiber auch nicht verpflichtet sein, die Kosten einer Abmahnung zu tragen. Bei wiederholten Rechtsverletzungen hält es der EuGH jedoch für möglich, von dem Betreiber per gerichtlicher Verfügung zu verlangen, den Netzzugang mit einem Passwort zu sichern. Um an dieses Passwort zu gelangen, müssten Nutzerinnen und Nutzer zudem ihre Identität offenlegen. Darüber hinausgehende Maßnahmen, etwa die Abschaltung des Zugangs, können nach Ansicht der Richter aber nicht verlangt werden. Ja, was dieses Urteil jetzt für freie WLAN-Zugänge in Deutschland bedeutet, das wollen wir klären mit Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft. Ich grüße dich. Hallo. Bevor wir auf das Urteil eingehen, wollen wir nochmal kurz klären, wie die Situation überhaupt im Bereich freies WLAN ist. Bis bei uns im Ausland stehen viele offene Zugänge zur Verfügung. Teilweise sind ganze Stadtgebiete mit freiem WLAN abgedeckt. In Deutschland ist das aber nicht der Fall. Wieso? Das liegt daran, dass die gesetzliche Situation in Deutschland es nicht wirklich zulässt, ein freies WLAN zu betreiben, ohne dass man eben sich dem Risiko aussetzt, dass man eben abgemahnt wird. Das war bis vor sehr langer Zeit so. Erst kürzlich hat eben dann im Bundestag eine Reform stattgefunden, wo man eben versucht hat, diese Situation aufzulösen. Wobei das auch nicht ganz gelungen ist, weil das Gesetz eben nicht ganz klar formuliert ist, sodass diese Rechtsunsicherheit für die Betreiber von offenen WLANs nach wie vor bestehen bleibt. Das bedeutet eben, dass dieses Risiko eigentlich da ist, dass man eben abgemahnt wird wegen dieser Urheberrechtsverletzung. Das hat der EuGH jetzt mit diesem Urteil aufgelöst. Allerdings lässt das Urteil aber auch auf der anderen Seite viele Fragen offen. Du hattest das eben schon angesprochen mit den Passwörtern, die eben zum Beispiel eingerichtet werden sollen. Diese Situation würde dazu führen, dass man eben kein offenes WLAN mehr zur Verfügung hat, sondern eben das Passwort dieses WLAN schützt. Und damit es eben kein offenes, also ein geschlossenes WLAN ist. Und jetzt muss eben mit dieser Situation wieder umgegangen werden, damit wir eben nicht in die Situation bleiben, dass dann in anderen Ländern extrem viele freie WLANs zur Verfügung stehen, die dann eben von der Allgemeinheit genutzt werden können und wir da weiter Entwicklungsland bleiben. Erst vor wenigen Monaten, hast du ja auch gesagt, hat man bei uns in Deutschland eine Reform auf den Weg gebracht, die offenen WLANs zu fördern. Was genau sollte denn diese Reform ändern? Also die Situation war eben, dass die Leute abgemahnt werden konnten, wenn eben diese Rechtsverletzung über ihr WLAN stattgefunden hat. Das bedeutet, dass die Leute jedes Mal, wenn sie einen Kaffee in WLAN freigegeben haben oder für ihren Nachbarn in WLAN freigegeben haben oder auch schon an Schulen eben für die Kinder in WLAN zur Verfügung gestellt haben, damit rechnen mussten, dass sie abgemahnt werden. Das sind schnell mal ein paar tausend Euro, die da zusammenkommen. Und das ist natürlich ein hohes Risiko für einen Betreiber, der eigentlich nur altruistisch handeln will und sein WLAN zur Verfügung stellen will. Gleichzeitig ist eben der internationale Vergleich so, dass diese Situation in Deutschland einzigartig war. Deswegen wollte man diese Reform angehen. Das hat man auch im Koalitionsvertrag damals festgeschrieben, hat dann diese Reform auch auf den Weg gebracht. Allerdings war die eben, wie gesagt, aus wieder der Angst heraus, dass zum Beispiel Urheberrechtsverletzungen über diesen offenen WLAN-Zugang passieren könnten. Eine nicht besonders fortschrittliche Situation, diese Reform, die man da eben auf den Weg gebracht hat, sodass eigentlich die Situation nach wie vor eine Rechtsuntersicherheit lässt, weil man eben nur in die Gesetzesbegründung geschrieben hat, dass diese Abmahnungen künftig nicht mehr möglich sein sollen und nicht ins Gesetz selbst. Das bedeutet, am Ende des Tages muss hier auch wieder ein Gericht darüber entscheiden, wie diese Reform tatsächlich auszulegen ist. Das führt natürlich nicht dazu, dass hier tatsächlich eine Rechtssicherheit geschaffen wurde. Und das ist jetzt auch das Problem, was die Situation jetzt ist. Und natürlich mit dem EuGH-Urteil entsteht nochmal ein neuer Reformbedarf. Ja genau, da wollen wir noch ein bisschen drauf eingehen, auf dieses neue Urteil. Was genau besagt das denn? Also das Urteil sagt zum einen ganz klar, Abmahnungen können zwar gestellt werden, aber die Kosten können nicht weitergegeben werden. Also das ist schon mal ganz angenehm. Man kann zwar eben abgemahnt werden und dann kann man aber eben nicht für die Dritten haften. Also wenn jemand anders in meinem WLAN eine Urheberrechtsverletzung zum Beispiel begeht, kann ich ja als Betreiber des WLAN nicht auch haften. Das ist vergleichbar mit einem Providerprivileg. Also wenn die Telekom einen Internetzugang zur Verfügung stellt als Provider, kann sie ja nicht dafür haften, wenn andere Leute illegale Sachen da machen. Genauso wie die Post nicht dafür haftet, wenn jemand illegalen Quatsch mit der Post verschickt. Sondern es sind eben die Leute, die dafür verantwortlich sind, die dafür haften müssen. Und das sieht auch der EuGH so. Das Problem ist, was der EuGH jetzt mit seinem Urteil sagt, ist, wenn jetzt mehrmals über so ein offenes WLAN zum Beispiel eine rechte Verletzung stattfindet, dann müssen Sicherungsmaßnahmen vorgenommen werden. Er äußert sich nicht im Allgemeinen dazu, welche das sein könnten. Er sagt lediglich, dass ein Passwort ein solch ein Schutz sein kann. Das bedeutet, ein WLAN-Betreiber ist mit der Situation konfrontiert, dass eben viele Leute über seinen Anschluss Urheberrechtsverletzungen begehen. Das ist das Szenario. Dann kommt ein Gericht und sagt, also so geht es nicht weiter. Du musst dein WLAN jetzt schließen. Du musst es mit dem Passwort verschlüsseln und musst dann eben festhalten, wer in diesem WLAN zum Beispiel wann unterwegs war. Und da entsteht natürlich auch ein großes Datenschutzproblem, weil das bedeutet, dass dann jeder, der so ein WLAN betreibt, erstmal aufschreiben muss, wer jetzt in diesem WLAN wann wie lange unterwegs war. Muss sich vielleicht auch einen Personalausweis kopieren oder was auch immer er eben zur Identitätsfeststellung macht und muss diese Daten ja natürlich auch irgendwie vorhalten. Er muss sie ja speichern, weil vielleicht kommt ja irgendwann in einem Jahr mal jemand und sagt, hier wegen der Oberrechtsverletzung, wir würden jetzt gern wissen, wer das war. Und dann kann er in seinen Kistchen gehen und dann den Zettel rausholen und kann sagen, ja hier um die Uhrzeit war der und der in meinem WLAN unterwegs. Problematisch ist natürlich auch, dass jetzt in der Regel in so einem offenen WLAN in einem Café zum Beispiel nicht nur eine Person unterwegs ist. Also man stelle sich die Situation vor, sitzen viele Leute in einem Café, trinken dort irgendwie ihre Cola, gehen ins WLAN und dann sind das halt schnell mal 20, 30 Leute, die da unterwegs sind. Dann ist auch nochmal die Frage, wie man die Leute wieder dann identifizieren will, wer tatsächlich eben diese Oberrechtsverletzung zum Beispiel begangen hat. Na klar und wer schon öfter in dem Café ist und noch eingespeichert ist im Netz und einfach vorbeiläuft und mal kurz E-Mails checkt oder dann in irgendein fremdes Netz geht. Kann man ja gar nicht kontrollieren. Das ist auch nochmal sowas, so ein Passwort lässt sich auch leicht weitergeben. Also man müsste eigentlich alle paar Minuten das Passwort auch wechseln, damit man eben tatsächlich feststellen kann, dass hier nicht irgendwie Leute in dem WLAN unterwegs sind, die gestern oder vorgestern mal schon mal da waren. Also es ist einfach unpraktikabel. Deswegen muss es hier eben eine gesetzliche Reform geben. Man muss das klarstellen, wie sich das der Gesetzgeber eben vorstellt, was man da machen soll. Und hier sagen wir eigentlich, das Szenario, dass eben diese Urheberrechtsverletzungen über so ein offenes WLAN begangen werden, sind ja sehr gering. Also in allen anderen Ländern, wo es eben offene WLAN zur Verfügung stehen, ist es nicht so, dass da die Urheberrechtsindustrie die ganze Zeit aufs Dach steigt und sagt, hier finden ständig rechte Verletzungen statt. Und das ist auch insoweit einfach unrealistisch, weil wenn man eben ein paar Minuten im Café sitzt und dort seine Cola trinkt, hat man nicht die Zeit, sich anderthalb Stunden Filmmaterial irgendwie runterzuladen. Ja, was ist die Quintessenz? Du sagst jetzt, es muss eine neue Reform auf den Weg gebracht werden. Oder kann man sogar sagen, droht das aus für die freien WLAN-Zugänge? Denn wie soll man das lösen? Also wir brauchen unbedingt eine Reform. So kann das jetzt nicht weitergehen. Also wir müssen einfach klar sagen, und das ist unsere Position, wir müssen das jetzt einfach mal ausprobieren. Wir müssen zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt ein Jahr lang testen, was passiert, wenn wir unsere WLANs einfach frei zur Verfügung stellen. Gibt es denn dann überhaupt diese Urheberrechtsverletzungen? Also das ist ja immer noch nicht ausprobiert sozusagen. Also wir reden über ein Phantom-Problem. Also wir wissen gar nicht, ob dieses Problem überhaupt auftaucht. Deswegen sagen wir, wir müssen jetzt mal ausprobieren. Ein Jahr lang WLANs freigeben. Das kann man ins Gesetz schreiben. Dann macht man eine Evaluation und schaut, was ist denn jetzt eigentlich die Situation? Und wie ist dann eine angemessene Maßnahme, falls jetzt tatsächlich so viele Urheberrechtsverletzungen stattfinden? Was wäre denn eine angemessene Maßnahme, um das zu verhindern? Und das Problem bei Urheberrechtsverletzungen ist ja auch nach wie vor, die Leute, die das hochladen, also die das Material überhaupt zur Verfügung stellen und weniger die Leute, die sich das runterladen. Und auch hier muss man natürlich sagen, dass halt auch die Industrie gefordert ist, natürlich auch andere Angebote zu schaffen. Also sowas wie Netflix oder Spotify wird ja angenommen. Also die Leute sind auch bereit, Geld dafür zu bezahlen, wenn sie eben guten Content geliefert bekommen. Und somit würde man auch illegale Angebote aus dem Netz drängen. Und hier muss sich auch die Industrie ein Stück weit überlegen, wie man dagegen vorgeht. Jetzt einfach zu sagen, wir können die WLANs nicht mehr zur Verfügung stellen, schadet auch der Wirtschaft, schadet der Allgemeinheit. Und von daher muss man das ein bisschen abwägen und vor allen Dingen auch einfach mal schauen, ist dieses Problem überhaupt tatsächlich existent oder ist es einfach nur ein Phantomproblem, über das wir hier reden? Ja, spannendes Thema. Ihr bleibt da dran für uns, die Digitale Gesellschaft e.V. und dann haltet ihr uns auf dem Laufenden. Alexander Sander war bei Flux FM mal wieder zu Besuch. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Gerne, ciao. Flux FM In digitaler Gesellschaft In digitaler Gesellschaft Vielen Dank.